Ja, Hallöchen! Erfolgstipp des Tages. Erfolg! Ja, was ist Erfolg für dich? Wie definierst du Erfolg für dich? Erfolg, ja, das ist alles sehr, sehr dehnbar. Viele sagen Erfolg ist, wenn ich gesund bin. Die Nächsten sagen Erfolg ist, wenn ich sehr reich bin. Erfolg ist, wenn ich einen Partner habe. Erfolg ist, wenn ich Kinder habe. Da gibt es ganz, 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 ganz viele Definitionsmöglichkeiten. Finde du für dich heraus, was für dich Erfolg ist. Für mich persönlich ist Erfolg, wenn ich das tun und lassen kann, egal wo auf dieser Welt, in der absoluten finanziellen Freiheit, niemand über mir habe, kein Chef, niemand, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Wenn ich absolut frei bin, dort zu sein, wo es mir gut geht mit den Menschen, sagen, das ist für mich Erfolg. Das ist für mich das Schönste, was es gibt. Finde du für dich heraus, was ist Erfolg und was bist du bereit dafür zu tun? Je nachdem, was du unter Erfolg definierst, bekommst du es natürlich nicht geschenkt, sondern du musst es dir wirklich erarbeiten. Und das heisst manchmal, drei, vier, fünf Jahre sich voll reinknien und wirklich, wirklich alles geben, damit du den Rest deines Lebens in deinem Erfolg leben kannst. Das ist natürlich der Preis, der da zu bezahlen ist, weil sonst bleibt es einfach nur ein frommes Wünschlein. So von wegen, ja, ich hätte schon gerne, es wäre halt schon schön, wenn ich das und das hätte, ja. Das liegt ausschließlich an dir ganz alleine. Was bist du bereit dafür zu tun? Und ich bin einfach der Meinung, es lohnt sich, wenn man sich engagiert. Es lohnt sich einfach, wenn man so eine Erfolge definiert und nachher die dann auch entsprechend umsetzt, konsequent dran bleibt. Ich wünsche mir für dich, dass du in den nächsten 24 Stunden dich intensiv mit deinem Erfolg befasst, dass du deinen Erfolg aufschreibst und dann wirklich, wirklich absolut konsequent deinem Erfolg nachgehst und dich auch von niemandem beirren lässt, weil je nachdem, wie groß dein Erfolg ist, wird es natürlich viele Menschen geben, die lachen darüber, die der Meinung sind, du hast sie nicht mehr ganz, lass die anderen denken, was sie wollen eines Tages. Wenn du es gepackt hast, wenn du deinen Erfolg hast, dann heisst es dann immer wieder, ja, du hast halt Glück gehabt, ja, ja, wir haben immer gewusst, dass in dir was ganz, ganz Großes steckt. In diesem Sinne, pass gut auf deinen Erfolg auf, schreib deinen Erfolg auf, danke dir für das Teilen dieses Videoclips, damit sich möglichst viele Menschen mit dem Erfolg befassen. Es geht nicht darum, was andere als Erfolg definieren, sondern es geht ausschließlich darum, was du an Erfolg definierst. Bye, bye, schönen Abend.